Benjamin Pavard und Manchester United, das wird jetzt wirklich heiß. Sky vermeldet Verhandlungen und ich kann bestätigen, Pavard will immer noch weg. Er will diesen Sommer wechseln und United ist für ihn eine sehr interessante Option. Es gab auch noch andere Kandidaten, Paris, Sacha Mava interessiert, City, es ist auch Juventus und Barcelona, aber United von Anfang an eine der Wunschlösungen. Also, es wird konkret und Bayern droht, noch einen Verteidiger zu verlieren.